Walk your talk, sagen die Amerikaner. Also, tu das, was du erzählst. Und Andreas Trinbacher ist jemand, der tut, was er erzählt und was er anderen rät. Er lebt wirklich diesen Sport-Lifestyle zu 100 Prozent. Ich habe mit ihm ein Personal Training gehabt und da hat er mit vielen Mythen aufgeräumt mit vielen falschen Übungen, die ich gemacht habe, wo ich eigentlich Muskel A trainieren wollte und schlussendlich nur B und C trainiert habe. Also Fachkompetenz, bis der Arzt kommt. Richtig, richtig gut. Andreas wird von mir eingesetzt. Ich bin Dirk Kreuter, ich bin Verkaufstrainer, aktuell der erfolgreichste in Europa. Dieses Jahr 2018 werden etwa 40.000 Menschen in meine Seminare kommen. Und Andreas setzt sich ein, damit er immer mal wieder zwischendurch die Teilnehmer aktiviert. Ob bei kleinen Gruppen mit 300 Teilnehmern oder mit großen Gruppen bis zu 10.000 Teilnehmern. Andreas begeistert die Menschen, er reißt sie mit. Da muss nicht viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Wenn Andreas sagt, kommt jetzt, steht mal auf und jetzt machen wir hier mal zwei, drei Übungen, dann machen alle mit. Und das ist wirklich beeindruckend. Fachkompetenz, er lebt vor, was er erzählt, er begeistert Menschen, er bringt Menschen dazu, wirklich über Sport und ihren Lebensstil nachzudenken und er hat einfach ein geiles Sixpack. Wie viele Menschen kennst du in dem Alter, die so ein Sixpack haben? Hammer! Also, Andreas ist ein geiler Typ und für mich ein super Geschäftspartner. Fette Empfehlung von mir.